Herzlich willkommen auf Revitec. In diesem Video geht es um den Ritter Allesschneider Solida 4. Die Vollmetallausführung des Allesschneiders Solida 4 garantiert beste Schneidergebnisse, eine hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer. Der Leichtlaufschlitten mit Edelstahlauflage sorgt für müheloses Schneiden mit wenig Kraftaufwand. Mit dem großflächigen Schlitten, der bei Bedarf auch entriegelt und abgenommen werden kann, ist der Größe des Schneidguts so gut wie keine Grenze mehr gesetzt. Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl. Für den Kurzbetrieb wird der Schalter auf Position 2 gedrückt. Das Rundmesser läuft, solange der Schalter in dieser Position gedrückt bleibt. Für den Dauerbetrieb wird der Schalter auf die Position 1 gedrückt. Das Rundmesser läuft in dieser Betriebsart, ohne dass der Schalter gedrückt gehalten wird, bis der Schalter wieder in die Nullstellung gebracht wird. Für den perfekten Schnitt sorgt das Wellenschliffmesser aus rostfreiem Edelstahl, welches geschützt durch die Messerabdeckung noch bessere Schneidergebnisse erzielt. Die Schnittstärke ist von hauchdünn bis ca. 23 mm präzise einstellbar. Durch die stufenlose Schnittstärke-Einstellung lässt sich das Schneidgut in appetitliche Scheiben schneiden. Die Schneidgut-Auffangschale wird unterhalb des Rundmessers platziert, sodass darauf die geschnittenen Scheiben fallen. Zum Servieren des Geschnittenen eignet sich die praktische Schneidgut-Auffangschale aus hochwertigem, pflegeleichtem Kunststoff. Das Messer kann zur Reinigung durch einen bequemen Bayonettverschluss ohne zusätzliches Werkzeug unkompliziert abgenommen werden. Falls dir das Video würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.